Wir haben mit einer versteckten Kamera im Haus von Hannah Haller gedreht. Sie beweisen die Planung eines gigantischen Sabotageaktes. Hannah Haller und Leon wollen die Grand Prix-Übertragung in Oslo am 18. Mai lahmlegen. Es gibt genaue Lagepläne der Halle und der Umgebung. Und es gibt Notizen, die darauf schließen lassen, dass Hannah Haller mit ihren Helfern die gesamte Elektrik während der weltweiten TV-Übertragung abschalten könnte. Damit würden rund eine Milliarde Fernsehzuschauer statt glitzernder Showkulissen ein Schwarzbild zu sehen bekommen. Hannah Haller, wir haben Beweismaterial gegen Sie. Jetzt machen Sie die Tür auf und sagen Sie was dazu. Von der Kinder seid ihr verrückt geworden. Also ich sag euch eins, wenn ihr diese Bilder sendet, dann läuft hier wirklich gar nichts mehr. Ich werde euch verklagen. Jetzt ist Schluss mit lustig. Leo und ich, wir sind bei der LP. Mensch, wir haben doch nichts mit Intrigen für den Grand Prix zu tun. Ihr seid doch verrückt geworden, oder was? Ich war Friseur und bin Elektriker. Also mir schwebt jetzt meine Karriere vor mir und das setzt sich nicht aufs Spiel. Aber dass ihr sowas glaubt, kommt, verschwindet. Diese heimlich gedrehten Szenen beweisen das Gegenteil. Mit elektronischer Ausstattung, wie sie sonst nur von Geheimdiensten verwendet wird, schlich sich Leon am Samstagabend auf das Grundstück von Hannah Haller. Sie sehen in der Vergrößerung ganz deutlich die Herkunft des Materials. Auf dem Verteilerkasten klebt das GPE-DLC-Zeichen. Diese Ausstattung ist nur auf dem internationalen Schwarzmarkt erhältlich und bedient werden kann die Anlage nur von Fachmännern. Also bitte, wir sind Tag und Nacht im Studio und arbeiten hier an dem Alten. Da ist überhaupt keine Zeit, irgendwas zu machen. Da ist irgendjemand, der will das, der Hand und den Leon in die Schuhe schieben. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir können beweisen, dass auch Frank von dem Bottlenberg lügt. Der Toningenieur hat auf einem Parkplatz in Baltham bei München von einer Hightech-Dealerin aus der Schweiz Spezialstecker und Lötkolben erstanden, die von Metalldetektoren auf Flughäfen nicht entdeckt werden können. Hannah Haller, wir glauben, dass der Tonmeister hier das ganze Material versteckt. Das ist doch ein Blödsinn, Menschenskind. Komm, wir haben so gut zusammengearbeitet. Jetzt mach dir hier so ein Blödsinn. Ich hol die Polizei. Aber sag dem doch mal, dass er einen Schlips hochziehen soll. Das ist ein Verbrecher mit. Komm, haut ab hier. Leon war mit seinem blauen Planeten gerade auf dem Weg in die Chance. Nachdem Brisant nun das gesamte Beweismaterial veröffentlicht hat, steht einer Verhaftung des Gangsterpärchens nichts mehr im Wege. Die Sicherheitsmaßnahmen in Oslo sollen dramatisch verstärkt werden, um die TV-Übertragung des Grand Prix unter allen Umständen zu gewährleisten. Seit einem halben Jahr arbeiten Cheyenne und Glenn Penniston, alias Stone & Stone, an ihrer neuen LP. Mit ihrem Song Verliebt in Dich wollen sie neue Farbe in die sonst so triste Schlagewelt bringen. Lange rauchten ihre Köpfe um ihr Lieblingslied Oh Lord, I Realized It's You, extra für den Grand Prix ins Deutsche zu übersetzen. Cheyenne steht privat zwar lieber hinter der Kamera, bei den Dreharbeiten für ihr Video, aber inszenierte sie ein wahres Feuerwerk der Liebe. Das erwartet uns hoffentlich auch am 13. Mai in Dublin, wenn Verliebt in Dich der Jury vorgestellt wird. Oh Lord, bin verliebt in Dich, kann mich nicht wehren, nichts zu erklären, was zwischen Himmel und Erde geschieht. Oh Lord, bin verliebt in Dich, kann mich nicht wehren, nichts zu erklären, Erinnerung bleibt und erzählt von dir, allein du bist der Grund dafür. Du kannst meine Seele sehen, alles nicht in mir, gehört nur Dich. Oh Lord, bin verliebt in Dich, kann mich nicht wehren, nichts zu erklären, das ist schön, der ist erschienen, Jetzt sind Sie bei uns im Studium, Cheyenne und Klein-Kanusten. Herzlich Willkommen, bekannt, oder richtig bekannt, werdet ihr vor allen Dingen nach dem hoffentlich großen Erfolg in Dublin am 13. Mai, bekannt dann als Stone & Stone, Tretet ihr für uns, für Deutschland an? Stone & Stone, zwei Steine prallen aufeinander, oder hat es damit gar nichts zu tun? Es hat damit gar nichts zu tun. Stone & Stone kam von Penn & Stone. Paula, Emil, Nordmord, Nordmord, Ida, weggelassen und dann so entstanden Stone & Stone. So einfach kann das Leben manchmal sein. Aber der Traum wird ja nun wahr, ihr tretet an beim Grand Prix de Revision. Ist es wirklich ein Traum gewesen für euch? Ja, so wollen wir das jetzt mal nicht sagen. Wenn ihr jetzt nach Dublin fahrt, ihr kennt ja, ich glaube, die Titel der Konkurrenten schon, oder viele zumindest davon. Alle. 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 Und so ein kleiner Tipp. Austria, 12 Points. Wirklich? Na, wie sind unsere Chancen? Eure, unsere. Wir kommen gar nicht erst in die Nähe, irgendwelche Erwartungen oder Chancen auszurechnen, das machen wir nicht. Es ist kein typischer Grand Prix-Titel dieses Mal. Es ist eigen, gewöhnungsbedürftig, denn es unterscheidet sich sehr von den anderen Dingen, die im Moment draußen sind am Markt, Deutsch, Englisch, egal. Und die anderen Sachen, die wir gehört haben, so die anderen Länder, sind schon einige dabei, die uns sehr gut gefallen. Fühlt ihr euch wohl in diesem Kreis der Kollegen, die da auch antreten? Denn der Grand Prix, der galt ja mal so ein bisschen als verzopft vor einigen Jahren noch. Das hat sich ja sehr geändert, was da auch ins Rennen geschickt wird. Ja, also finde ich sogar gut. England rappt, finde ich super. Die trauen sich was. Gefällt mir. Aber ich meine, das hat nichts mehr mit Grand Prix zu tun. Es ist schon sehr modern geworden. Ist auch okay, denn die ganze Jugend, ich meine, das ist nicht mehr diese Schlagersache wie vor 10 oder 15 Jahren. Es hat sich schon geändert, aber zu progressiv ist auch nicht gut. Dann ist es kein Schlagerfestival mehr. Es ist ja eine Schlager-Olympiade eigentlich. Also ich drücke euch heftig die Daumen. Das können wir brauchen. Und bedanke mich, dass ihr bei uns wart. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ja eine Schlager-Olympiade. und von Fernsehzuschauern waren sie so beim größten internationalen Schlagerspektakel. vor dem großen Auftritt hatten sie sich zurückgezogen von Freunden und Fans verabschiedet. Der Druck, den die irische Presse ausgeübt hatte, war immens. Denn in weniger Tage war Deutschland zum Topfabogiten erklärt worden. Väter und Mütter waren ihrem Nachwuchs nachgereist, kümmerten sich rührend um die Hoffnungsträger. Frankfurt Fernsehen 1 Also wieder haben sie alle noch ein bisschen geschlafen, die drei. Wir hatten es schön zusammen gegessen und eben sind sie aufgestanden, als wenn es eine Probe wäre. Aber sie wissen doch, worum es geht und sie sind auch alle drei hochmotiviert. Frankfurt Fernsehen 1 Im kleinen Kreis die deutsche Delegation. In diesem Jahr hatten sie heimlich den deutschen Beitrag große Chancen ausgerechnet, setzten ihn auf Platz und Sieg wie viele andere. Frankfurt Fernsehen 1 Doch ihr Jubel wurde von einem Land übertroffen. And finally Ireland Frankfurt Fernsehen 1 Dritter Platz für das deutsche Trio Nur Polen war besser. Allen Kritikern zum Trotz bewiesen Melanie, Kati und Dorcas, dass ihr Song in der ganzen Welt ankam. Frankfurt Fernsehen 1 Ich kann mir vorstellen, was das für ein Druck ist, da hinter dieser Bühne zu sitzen. Und die ersten Boten, die sahen ja schon ziemlich schlimm aus. Und wir haben wirklich gedacht, oh Gott. Aber wir sind so froh. Also ich bin so froh. Ich kann es nicht beschreiben. Also ich bin, ich kann es mir nicht beschreiben. Ich habe in einem Interview gesagt, wenn wir nicht den ersten machen, dann heule ich ein bisschen und fahren nach Hause. Das ist jetzt eingetroffen. Wir sind auch nicht enttäuscht. Im Gegenteil, wir sind ausgeflippt, wie die Irren da drin, wo wir gehört haben, dass wir einen Trittenplatz machen. Also Wahnsinn. Am Ende einer langen Nacht feierten sie dann ihre Party. Und selbst ein geschaffter Ralf Siegel fand zu seinem Humor zurück. Mit Hadehocke Platz 3 schon bewiesen, dass man sich bei 25 Ländern eben doch ganz vorne mitsehen konnte. Und dass, wie gesagt, die reinen Nachbarländer, wie die Schweiz, eben wieder mal gar keinen Punkt gegeben haben. Da muss man eigentlich nur sagen, also Toblerone esse ich morgen nicht. Frankfurt Fernsehen 1 gestern Abend in Baltham bei München. Hanna Haller tröstet ihren Leon. Bei den beiden herrscht Straflosigkeit. Es gibt sicherlich ein paar Ansatzpunkte, wo man ein riesengroßes Fragezeichen setzen müsste. Und ich würde gerne einen Verantwortlichen aus dieser Jurobengemeinschaft, aus dem Jurobenparlament dort sprechen. Frankfurt Fernsehen 1 Eine Geschmacksentscheidung des 224 kapitziellen Grand Prix Parlaments scheint unwahrscheinlich. Denn der Titel war ja die Sensation bei der Vorausscheidung. Hier sollte wohl Deutschland als Land bestraft werden. Man kommt schon auf den Gedanken, was man ja... Ich habe ja Grand Prix schon mal mitgemacht, 1985 mit Gruppe Wind. Und da haben wir doch einen sehr politischen, angehauchten Grand Prix erlebt. Wir haben zum Beispiel erlebt, dass auf den Schlagseiten, so wie die Bildzeichen bei uns ist, vorne drauf ein Hakenkreuz war. Und Gruppe Wind, wer ist euer Führer? Und sowas kam, passierte. Also es geht offensichtlich nicht nur allein um Musik. Ich frage mich nur, ob sie sich das leisten können. Deutschland ist einer der größten, wenn nicht der große Markt, zum Verkaufen. Frankfurt Fernsehen 1. Jürgen Göbel alias Leon hatte gerade seinen Job als Friseur gekündigt. Hier im Salon hat ihn auch die Hiobsbotschaft vom Rausschmiss seines Liedes erreicht. In der Arbeit noch hat mich Hanna angerufen. Frankfurt Fernsehen 1. Aber das war schon fertig, Gott sei Dank, mit den Kunden. Viertel nach sechs. Und das war dein letzter Arbeitstag? Das war mein letzter Arbeitstag auch noch dazu. Generell, das war ein feiner Abschied. So mit Kerzleins hast du gesagt. Ja, wir haben nachher noch ein bisschen Abschied gefeiert. Frankfurt Fernsehen 1. Nein, es war bitter. Trotzdem produzieren Leon und Hanna Haller mit ihrem Team auf Hochtouren an einer LP. Denn gerade durch den Rausschmiss Deutschlands steigt das Interesse an Leon. Frankfurt Fernsehen 1. Jetzt wird halt jetzt mehr geredet. Das ist halt das aktuelle Thema, weil es mich nicht nur betrifft, weil es ja auch ganz Deutschland betrifft. Deswegen ist schon mehr als auch von der Presse her Interesse der Leute. Frankfurt Fernsehen 1. Für die Musiker, die jetzt seit Wochen in Hannes Keller sitzen und produzieren, ist es trotzdem frustrierend. Wir haben uns alle Mühe gegeben. Ich habe mich riesig gefreut, dass wir so weit gekommen sind. Das ist ja ganz schwierig, dass man so weit kommt überhaupt. Frankfurt Fernsehen 1. Und dann sowas, also das ist schon richtig ärgerlich, oder? Ja, ja, dasselbe. Man macht und macht und dann kommt sowas dabei raus. Unglaublich. Ein Trostpflaster für den geschockten Haller-Clan. Die ARD hat versprochen, in der Pause der Grand Prix-Übertragung Leons Titel einzuspielen. Dann werden wir wissen, warum Deutschland rausgeflogen ist. Der Sprecher war Max Grieser, es kommentierte Gustl Weishappel und die Wetterkarte präsentierte Gundi Grant. Und ich glaube, wir dürfen uns bei den bayerischen Kollegen ganz herzlich bedanken, dass sie so nett mitgemacht haben. Und ich hoffe, sie sind jetzt keine Verfolgung ausgesetzt in Bayern. Aber ich weiß, dass sie Bayern-Humor haben, weil ich oft da bin. Nun, meine Damen und Herren, warum soll man nicht auch einmal einen hauseigenen Wunsch erfüllen? Besonders, wenn ich weiß, dass es Ihnen auch Freude machen wird und besonders, wenn ich weiß, dass es notwendig ist, in einer Unterhaltungssendung jetzt das vorzustellen, was wir wollen. Unser Programmdirektor hat auch mal einen Wunsch gehabt und wir haben Ihnen diesen Wunsch erfüllt. Sie wissen, oder Sie wissen nicht, ich sage es Ihnen, am 2. April ist in London der Grand Prix Eurovision, also das große Ereignis, wo wieder der Schlager, das Lied, das Chanson, wie immer Sie es nennen wollen, preisgekrönt werden wird. Wir sind diesmal dabei mit einem Beitrag von Sylvester Lewey mit dem Texter Michael Kunze, der auch der Produzent ist dieser Aufnahme. Und wenn ich sage Silvester, dann wissen die ganz Eingeweihten, Sylvester Lewey, dann heißt das Trio, das jetzt singen wird, das ist die Ramona und die Ronda und die Penny, dann heißen die, abgeleitet von Silvester, nämlich Silver Convention. Bitte. Applaus Operator, did you get the line? Rush a cable, for I've got no time. Gonna send a telegram, telegram to my baby. Yes, I'm gonna send a telegram, telegram and then maybe, he won't give me any, tonight he'll be on his way, tomorrow he'll be here to stay, help me then, I can't wait another day. Please forgive the things I said, stop. Didn't mean to make you sad, stop. Operator, I'll pay any rate, if my message will not be too late. I'm gonna send a telegram, telegram to my baby. Yes, I'm gonna send a telegram, telegram and then maybe, he won't give me any, tonight he'll be on his way, tomorrow he'll be here to stay, help me then, I can't wait another day. I was such a fool, to let him go, too proud to show, that I love him so. Gotta send a telegram, telegram to my baby. Yes, I'm gonna send a telegram, telegram and then maybe, he won't give me any, tonight he'll be on his way, tomorrow he'll be here to stay, help me then, get us in the telegram. And now, wünschen wir Ihnen allen in London, hoffentlich einen großen Erfolg. Sie haben es gehört, der Titel heißt Telegram, zu deutsch Telegram. Und hoffentlich kriegen wir dann auch ein entsprechendes Telegram, dass Sie sich gut platziert haben, am 2. April in London, beim Grand Prix Eurovision. Und jetzt haben wir wieder einmal eine Anregung von Zuschauern, und zwar auch betrifft sie etwas, was in anderen Ländern, anderen Sendern schon existiert. Volare, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Siegsschlager ist gefunden. Die 17-jährige Amerikanerin Peggy March hatte nicht umsonst geträumt und sie hatte auch noch Glück. Einen Monat später wäre sie 18 geworden. Den zweiten Platz errang eine Norwegerin, den dritten die schwedische Siegerin des Vorjahres. Die erste deutsche Sängerin landete auf dem fünften Platz. Deutsche Schlagerfestspiele 1965. Blumen für Peggy, Medaillen für die Herren. Für sie wird das Schlagerfestival veranstaltet, für die Komponisten und Texter. Die Medaillen sind nur symbolisch gemeint, denn hier geht es nicht um Musik und Ehren, sondern um Geld, um viel Geld. Fanfarenmärsche, viel Aufwand und das ganze Aufgebot von Stars konnte nicht verbergen, dass der Haussegen der deutschen Schlagerfestspiele schief hängt. So schief, dass auch mit dem Gericht gedroht wurde. Schweres Geschütz für die leichte Muse. Lohnt sich das? Die Opposition rebellierte. Einer kann es sich erlauben, gegen den Stachel der Branche zu löcken und auszusprechen, was viele denken. Der Münchner Musikverleger Ralf Maria Siegel. Schiebung ruft man schon, wenn ein Schiedsrichter zweimal beim Fußball abpfeift und dann ist es gar nicht gravierend. Aber in unserem Falle möchte ich schon sagen, es ist berechtigt von Schiebung zu sprechen. Denn die Schlager, die Sie gehört haben in Baden-Baden und auch in Berlin schon vorher, sind zu 80% zumindest über die Jury hineingeschoben worden. Und dagegen haben wir uns gewehrt und ich glaube, wir haben uns zu Recht dagegen gewehrt, denn das ist nicht der Sinn unserer Sache. Nämlich das Motto, ein freier deutscher Schlagerwettbewerb der Autoren und Komponisten, als der es dargestellt worden ist. Dies war kein freier Wettbewerb. Dies war für mich eine Machenschaft, die ich hoffe, dass es sich nie wiederholen wird. Der Vorwurf der Opposition ist, dass beim Deutschen Schlagerfestival nicht die besten Lieder prämiert werden, sondern die, an denen die Industrie und die Musikverlage kommerzielle Interessen hätten. Von den zwölf Schlagern der Endausscheidung stammten zehn von Komponisten und Textern, die ständig für die Schallplattenindustrie oder Musikverlage arbeiten. Steve Marmquist zum Beispiel ist Star der Plattenfirma Metronom. Ihr Festivalschlager stammt von Christian Brun. Brun ist nicht nur Komponist, er war auch Produzent von Steve Marmquist bei Metronom. Inzwischen arbeitet er für die Firma Areola mit ähnlichem Erfolg. Zwei Areola-Schlager von Brun kamen in die Endausscheidung. Dieser Und dieser Das Beispiel Philips ist kaum anders. Dieser Schlager stammt von Hans Blum, Orchesterleiter bei Philips. Ein Produzent bei Philips ist als Vertreter des Plattenvertriebs Mitglied der Festivaljury. Von den vier Schlagern, die Elektroler für die Vorausscheidung produzierte, stammten alle vier von Mitarbeitern der Firma. Zwei von Heinz Gietz, einer vom Elektroler-Produzenten Erich Becht und einer von Karl-Heinz Schwab, der unter dem Namen Ralf Bendix für Elektroler singt. Gibt es so viele Zufälle? Jurymitglied für die Elektroler war Günther Ilgner. Diese Autoren sind keine Angestellten der Firma. Sie sind freie Autoren, die aber ohne Zweifel mit uns seit langem in geschäftlicher Verbindung stehen. Nicht nur diese, sondern viele andere Autoren. Und das trifft zu. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich naheliegend, dass Autoren, die mit den Künstlern arbeiten, für die Künstler arbeiten und produzieren, die bei unserem Hause unter Vertrag sind, natürlich auch ihr Handwerk so weit beherrschen, dass sie sich bei dem Deutschen Schlagerfestspielen für diese Autoren mit einem Titel beteiligen. Die Produzenten der Schallplattenindustrie hatten es in diesem Jahr leicht. Geholfen haben ihnen dabei, wenn auch ungewollt, die Komponisten, die sich heute beschweren. Sie verlangten, dass die Namen der Festivalsänger vorher bekannt gegeben werden, damit sie ihnen die Musik auf den Leib schreiben konnten. Die Sänger aber wurden von den Schallplattenproduzenten ausgesucht. Und die Plattenindustrie brachte es sogar fertig, die von der Jury festgelegte Rangordnung der Schlager wieder umzuwerfen. Ihr Argument, die Schlager seien zwar großartig, aber für ihre Sänger leider, leider nicht geeignet. Nehmen wir an, eine Nummer hat einen Tonumfang von zwei Oktaven und eine Künstlerin ist nur kommerziell interessant auf sechs Tönen, dann kann ich einfach die andere Nummer nicht nehmen, obwohl sie vielleicht vom Geschmacklichen besser ist. Das ist ohne weiteres zuzugeben, selbstverständlich. Vielleicht sind sechs Töne eine ganze Menge, aber reichen sie für ein Schlagerfestival? Muss der Festivalverein sich mit den von der Industrie angebotenen sechs Tönen zufrieden geben? Die Interpreten sind meist exklusiv gebunden. Und als Exklusivkünstler werden sie nicht so zur Verfügung stehen, wie es sich der Verein oder der Veranstalter vorstellen könnte. Dieses Interpretenproblem ist, was gelöst werden müsste. Es gibt noch andere Vorwürfe. Bis zum Tage der Vorentscheidung war den Teilnehmern Anonymität abverlangt. Aber von mehreren Schlagern wusste man bereits kurz nach Einsendeschluss, wer was geschrieben hat. Ein Jurymitglied sah und hörte sogar zu, als verschiedene Wettbewerbsteilnehmer die Tonbänder machten, die sie einschicken mussten. Bereits fünf Wochen vor der Vorentscheidung wies eine Fachzeitschrift in sieben Fällen nach, dass die Anonymität nicht mehr gewährleistet sei. Musste der Verein der Schlagerfestspiele nicht disqualifizieren, Herr Dr. Schulze? Ein Disqualifizierungsgrund hat es nach unseren Teilnahmebedingungen dann nicht gegeben, wenn die Verletzung nicht vom Vorstand, vom Verein selbst oder vom Notar erfolgt ist. Dass der Urheber, der selbst die Anonymität aufgegeben hat, einen Vorteil gegenüber seinem Kollegen gehabt haben soll, möchte ich bezweifeln. Auch die Propagierung von Titeln ist bis zur Ausscheidung verboten. Trotzdem erschien dieses Inserat eine Woche vor der Ausscheidung. Festspieltitel in unserer Branche heißt aber nicht etwa nur die Überschrift des Schlagers, sondern der Schlager seinem Inhalte nach. Wenn wir die Inserate auch hätten ausschließen wollen, die lediglich die Überschrift des Schlagers, also die Titelangabe enthalten, ohne Urheberangaben, dann hätte nach dem Juristischen Rat unseres Rechtsberaters das Inserat ausdrücklich in den Teilnahmebedingungen erwähnt werden müssen. Reklame und Inserate sind also keine Propagierung. Kein Wunder, wenn diese Auslegung, die von dieser Pressekonferenz ohne Widerspruch akzeptiert wurde, die Kritik nicht verstummen ließ. Sie passt auch eher in ein Quiz als in den Catcher's Catch Can, der um die Schlagerfestspiele in diesem Jahr entstanden ist. Da aber auch die Kritiker sich vorsichtigerweise hüteten, Namen zu nennen, konnte der Rechtsvertreter des Vereins, Dr. Haufe, feststellen, Es hat sich niemand gefunden, der bereit gewesen wäre, einmal einen Einsender namenhaft zu machen und einen Jurymitglied namenhaft zu machen und zu behaupten, dass zwischen diesen beiden ein nach der Satzung unzulässiger Kontakt bestanden hätte. Diese Untersuchung kann ich mir bis zum heutigen Tage gar nicht vorstellen. Denn auf der einen Seite hat sich der Verein der Schlagerfestspiele immer dahinter verschanzt, dass man gar nichts untersuchen könnte, weil nämlich die Anonymität der Autoren gewahrt bleiben müsse, zumindest bis zur Endausscheidung. Auf der anderen Seite aber hat er dann behauptet, wir haben alles untersucht und es ist alles grundlos. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was er untersucht hat. Dabei sah alles so korrekt aus. Und die Entscheidung um die letzten zwölf Schlager war sogar öffentlich. In den Funkhäusern tagten Juries, Meinungsforscher wurden bemüht und auch im Saal wurden Stimmen gesammelt. Um die Endausscheidung gibt es keine Auseinandersetzungen, umso mehr aber über alles, was vorher war. Um einen Schlager unter die letzten 44 zu bringen, waren vier Stimmen erforderlich. Eine Ahnenforschung, die die Opposition bei einigen Jurymitgliedern anstellte, brachte interessante Verbindungen zutage. Von 13 Jurystimmen hatte eine die Schallplattenproduktion, eine andere der Schallplattenvertrieb, also auch die Industrie. Ein drittes Jurymitglied ist über einen Musikverlagskonzern mit dem Produzenten einer Schallplattenfirma geschäftlich verschwägert und ein viertes Mitglied steht über das gleiche Verlagsunternehmen in ähnlicher Geschäftsverwandtschaft mit der Industrie. Gewiss, die Opposition war vorsichtig genug, nicht zu behaupten, dass sich die Industrie-Teams auf diese Weise durchsetzten. Die Klärung dieser Frage ist schwer, denn die Jury kann nicht sagen, welches Jurymitglied welchem Schlager seine Stimme eigentlich gegeben hat. Der Verein sagt heute, das habe er alles nicht gewusst und man muss es ihm wohl auch glauben. Mit Sicherheit hat aber die Schallplattenindustrie gewusst, was sie auf dem Festival wollte. ihre Schlager und ihre Schallplatten verkaufen. Weder Festivalverein noch Jury sind sich bis heute darüber klar, wie der Schlager überhaupt aussehen soll, den man sucht. Die Industrie aber weiß genau, womit sie Geld verdient. Die Idee war, einen breiteren Kreis zu Gehör kommen zu lassen. Das Wesentliche war außerdem der Gedankengang, das Niveau des Schlagers zu heben und etwas herauszukommen aus der 0815-Soße, die da zurzeit leider in großem Maße produziert wird. Ob nicht da gerade die Spitzenautoren notwendig sind, um gegen diese ausländische Flut anzukämpfen, wenn sie so wollen, ob das nicht besser ist, als wenn nun irgendwelche Nachwuchsautoren, die noch nicht die Erfahrung haben, in den internationalen Wettbewerb eingreifen. Solange dieses Festival von der Schallplattenindustrie finanziell abhängig ist, werden auch die Interessen der Industrie offen oder versteckt dominieren. Alles drumherum, Stars, Autogramme und Festlichkeiten ändern nichts daran, dass hier ein Geschäft stattfindet. Dabei würde eine kleine Namensänderung alle Probleme beseitigen. Wenn man nicht mehr deutsche Schlagerfestspiele, sondern Schlagerfestspiele der deutschen Schallplattenindustrie sagte, wäre der Ärger vorbei. Wunderbar, das Leben ist wunderbar. Es kann nicht mehr schöner sein, das Leben ist wunderbar.